Ich bin der Sally von Crossplane und hinter mir, der Mann mit dem Würfeloth, ist der... Links hinten in der Ecke, das debile Burgfräulein, ist der Alex und der Bekloppt hier links neben mir, das ist der Dirk. Und wir sind heute zu einer Auftrittsmöglichkeit in Saarbrücken, um unsere neue Platte Masturbond zu bewerben. Langspielplatte, genau. Wir haben viele Auftritte dieses Jahr, freuen uns natürlich darüber und unter anderem spielen wir dieses Jahr auf dem Wacken-Festival. Und sind dann auch im November bei euch in Berlin und nehmen den Arm weg. Ja.